hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls22 auf der galgenberg so wir räumen schon mal belauft ja das was falsch herum da unten steht der schneidwerkswagen und da oben mehr ran hier Ja, ich bin bei 94 Prozent, aber ich muss ja noch was wegbringen. Ja, das ist attached, gut. Ach man. Hier ist platztechnisch gar nicht so einfach. Ich hab da habe ich schon das Platznetwerk drauf, muss ich mal gucken. Neidwerke. Nee, sieht nicht so aus. Mist. Und dann stelle ich glaube ich da Warnier rein, weil demnächst wird irgendwo die Halle weggerissen. Das ist jetzt mein nächstes, nächste Amtshandlung mehr oder weniger. Bis dahin muss ich zwar noch ein bisschen was buckeln, aber... ...sollte ihn mir hinbekommen. Wie das ist von der Sicht? Ja, da hat man jetzt vorne dran, da sollte es passen. ... 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 Diese ganzen Helden hier. Oh, ich muss mal tanken. Hu 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 hu, gar nicht so einfach. Ich muss mal kurz was gucken. Das ist 6 von 8. Genauso also 2 Monate noch. Sind das Minimum 2 Monate noch. Egal, ich lasse sie trotzdem jetzt stehen. So. Da ist er. So, fahren wir den Spaß ab. Oh, ich weiß nicht, das wird 6% die mir noch fehlen. Wahrscheinlich ist es auf und an mal bei der Karte war oder bei der anderen Karte war, wo es nicht abgeschlossen hatte. Bei Ernte Mission. Müssen wir mal gucken. Höh, höh, höh. ganz schön sie kämpfen hier hoch auch ein starken Flapper auch woher nehmen wir die Mausen so und zack was bleibt bei 94%? sagt ja der Tello wahnsinnig irgendwie sind die Erntemissionen hier nehmen wir 85% hier runter so mir doch abgeschlossen ok abschließen so viel Ballen pressen ok wird wohl nichts anderes übrig bleiben doch mal eine Ballen-Mission wieder zu machen und bisschen lebensmitte Fußgänger aber höchste Mauer ist ja im Real Life teilweise ohne Anders der ist jetzt mitunter täglich auf Arbeit da ist sie Fußweg und wird gelaufen auf der Straße und du als Autofahrer bist am Ende nur der dumme wenn der Ausverteint doch einen anrempelst da ist ja ein Nippel an der Straßenrand die laufen teilweise bei uns mitten auf der Straße und wenn der Hubs wird es noch blöd angemacht ja so ist das mit dem Licht auch was haben wir denn jetzt noch so ein aufträgen aber hier haben wir die lageballen 4 das sind neue ballen im schienburg die lageballen auf feld 15 bei hoi bei bei jetzt mal noch mal silageballen 78 und 83 nehmen wir doch mal an akzeptieren 83 noch da machen wir eine runde mehr aufträge würde ich sagen oder man sich lasch auftrag so koppeln wir ab jetzt haben wir ein bisschen viel grün zeug was wir machen müssen nachher es wird ein paar folgen gehen denke ich mir aber es ist es halt so ich kann es jetzt auch nicht ändern ich bin aber alle unten wie es aussieht fangen wir 83 an 78 86 ist zu sagen hier rein das ist in ein stein jetzt ohne gesehen das ist es ohne nicht das hier ist es die sie er Oh, dearly. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, dilly! So, dann sind wir schon wieder am folgenden Dern gekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao! Sagt euer Jasu.